Und nach zwei Tagen war Ostern und die Tage der süßen Brote, und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List griffen und töteten. Sie sprachen aber, »Ja, nicht auf das Fest, das nicht ein Aufruhr im Volke werde!« Und da er zu Bethanien war in Simons des Aussätzigen Hause und saß zu Tische, da kam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschten und köstlichen Nadenwasser, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da waren etliche, die wurden unwillig und sprachen, »Was soll doch dieser Unrat? Man könnte das Wasser mehr denn um dreihundert Groschen verkauft haben und dasselbe den Arm geben und murrten über sie.« Jesus aber sprach, »Lasst sie mit Frieden! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könntet ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht allezeit.« Sie hat getan, was sie konnte. Sie ist zuvor gekommen, mein Leichnam zu salben, zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, das sie jetzt getan hat. Und Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn verriete. Da sie das hörten, wurden sie froh und verhießen, ihm das Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn füglich verriete. Und am ersten Tage der süßen Brote, da man das Osterlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm, »Wo willst du, dass wir hingehen und bereiten, dass du das Osterlamm essest?« Und er sandte seiner Jünger zwei und sprach zu ihnen, »Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt ein Krug mit Wasser, folget ihm nach.« Und wo er eingeht, da spreche zu dem Hauswirt. Der Meister lässt dir sagen, »Wo ist das Gasthaus, darin ich das Osterlamm esse mit meinen Jüngern?« Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der gepflastert und bereitet ist, da selbst richtet für uns zu. Und die Jünger gingen aus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm. Am Abend aber kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tische saßen und aßen, sprach Jesus, »Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isset, wird mich verraten.« Und sie wurden traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen, »Bin ich's?« Und der andere, »Bin ich's?« Er antwortete und sprach zu ihnen, »Einer aus den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel tauchet.« Zwar des Menschensohn geht hin, wie von ihm geschrieben steht, wer aber dem Menschen, durch welchen des Menschensohn verraten wird, »Es wäre demselben Menschen besser, dass er nie geboren wäre.« Und indem sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, »Nehmet, esset, das ist mein Leib.« Und nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, »Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für viele vergossen wird.« »Wahrlich, ich sage euch, dass ich hinfort nicht trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis auf den Tag, da ich es neu trinke in dem Reich Gottes.« Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, ging sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen, »Ihr werdet euch in dieser Nacht alle an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hürden schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläa.« Petrus aber sagte zu ihm, »Und wenn sie sich alle ärgerten, so wollte doch ich mich nicht ärgern.« Und Jesus sprach zu ihm, »Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kreiert, wirst du mich dreimal verleugnen.« Er aber redete noch weiter, »Ja, wenn ich auch mit dir sterben müsste, wollte ich dich nicht verleugnen.« Desselben Gleichen sagten sie alle. Und sie kamen zu dem Hofe mit Namen Gezemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, »Setzet euch hier, bis ich hingehe und bete.« Und nahm zu sich Petrum und Jakobum und Johannem und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen, »Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Enthaltet euch hier und wachet.« Und ging ein wenig fürbaß, fiel auf die Erde und betete, dass, so es möglich wäre, die Stunde vorüberginge. Und sprach, »Aber, mein Vater, es ist dir alles möglich. Überhebe mich dieses Keichs. Doch nicht, was ich will, sondern, was du willst.« Und kam und fand sie schlafend und sprach zu Petru, »Simon, schläfst du? Vermöchtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.« Und ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und kam wieder und fand sie abermalschlafend, denn ihre Augen waren voll Schlafs und wussten nicht, was sie ihm antworteten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, »Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, das Menschensohn wird überantwortet in der Sünder Hände. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah.« Und allsobald, da er noch redete, kam her zu Judas, der Zwölfen einer, und eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohepriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihm ein Zeichen gegeben und gesagt, »Welchen ich küssen werde, der ist es, den greifet und führet ihn gewiß.« Und da er kam, trat er bald zu ihm und sprach zu ihm, »Rabbi, Rabbi!« und küßte ihn. Die aber legten ihre Hände an ihn und griffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihnen ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Ihr seid ausgegangen, als zu einem Mörder mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht gegriffen, aber auf das die Schrift erfüllt werde.« Und die Jünger verließen ihn alle und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgte ihm nach, der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut, und die Jünglinge griffen ihn. Er aber ließ die Leinwand fahren und floh bloß von ihnen. Und sie führten Jesum zu dem Hohenpriester, dahin zusammengekommen waren alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis hinein in des Hohenpriesters Palast, und er war da und saß bei den Knechten und wärmte sich bei dem Licht. Aber die Hohenpriester und der ganze Rat suchten Zeugnis wieder Jesum, auf das sie ihn zum Tode brächten und fanden nichts. Viele gaben falsches Zeugnis wieder ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und etliche standen auf und gaben falsches Zeugnis wieder ihn und sprachen. Wir haben gehört, dass er sagte, ich will den Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht sei. Aber ihr Zeugnis stimmte noch nicht überein. Und der Hohepriester stand auf unter sie und fragte Jesum und sprach, antwortest du nicht zu dem, dass diese wieder dich zeugen? Er aber schwieg stille und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermal und sprach zu ihm, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's und ihr werdet sehendes Menschensohn sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen mit des Himmels Wolken. Da zerriss der Hohepriester seinen Rock und sprach, was bedürfen wir weiter Zeugen? Ihr habt gehört die Gotteslästerung, was dünket euch? Sie aber verdammten ihn alle, dass er des Todes schuldig wäre. Da fingen an etliche ihn zu verspeien und zu verdecken sein Angesicht und mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, weiß sage uns! Und die Knechte schlugen ihm ins Angesicht. Und Petrus war da nieden im Palast, da kam des Hohepriesters Mägde eine und da sie sah Petrum sich wärmen, schaute sie ihn an und sprach, und du warst auch mit dem Jesu von Nazareth. Er leugnete aber und sprach, ich kenne ihn nicht, weiß auch nicht, was du sagest. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und hob aber mal an zu sagen denen, die dabei standen, dieser ist deren Einer. Und er leugnete aber mal. Und nach einer kleinen Weile sprachen aber mal zu Petru, die dabei standen, wahrlich, du bist deren Einer, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache lautet gleich also. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr saget. Und der Hahn krähte zum anderen Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm sagte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er hob an zu weinen. Nur ein Tor lehnt zur Rechtweisung ab. Lass vom Unglauben ab, durch den so viel Zerstörung, Krankheit und Verwahrlosung angerichtet wird. Entwickel den Glauben zum Guten und Richtigen und sei kein Zerstörer. Denn das Fundament eines dunklen Ortes ist Genusssucht, Trägheit, Feigheit und Ignoranz. Denn in Jesaja Kapitel 5, Vers 20 bis 21 ist folgendes nachzulesen. Schlimm wird es denen agieren, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen. Schlimm wird es denen agieren, die sich in ihren Augen für weise und selbst für klug halten. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de schlimm wird es denen agieren, die sich in ihren Augen Vielen Dank.